moin moin und herzlich herzlich willkommen zurück zu raft heute mal mit einer neuen playlist also jetzt auch ein bisschen was von a way out stray und so weiter kommt jetzt auch noch mit dazu musik und ja wir sind hier jetzt auf der neuen insel essen müssen wir auf jeden fall aber wir haben noch kokosnüsse auf tasche ja dann müssen wir das eben wohl besser wäre wenn wir irgendwie kartoffeln oder so essen ich liebe diese musik wir haben aber sechs kartoffeln so auf tasche warum kochen wir die nicht pack mal das lieber hier auch mal rein die müssen wir auch noch irgendwie verarbeiten ja dann packen wir mal hier die nein wollte das hier drauf packen idiot hier kletterpflanzen lieber ist auch wieder soweit hat man den auch noch mal eben da rein wir haben hier ja es besser sind haben wir noch etwas was wir hier erstmal lagern können ich glaube das hier wenn wir erstmal hier lagern bevor wir das schmelzen dann habe ich jetzt aus versehen rohe kartoffeln gegessen unglaublich wir bräuchten vielleicht auch mal eine neue axt idee hier dafür wir fehlen uns planken dann holen wir uns eben ganz schnell ein bisschen holz ich hoffe euch gefällt die neue playlist aber wir müssen hier so durch schwimmen ich hoffe boden es kommt jetzt nicht und ich habe vor hier auch rassler jetzt die musik nice ich liebe dieses raster sogar so geil ich bin habe überlegen dass vielleicht sogar noch mal im stream oder so machen spielen mit euch zusammen auf twitch war auf jeden fall mega geil ich habe es geliebt da können wir vielleicht noch ein bisschen neu spiel starten irgendwie und dann so mit oft mit der community halt zusammen ein bisschen wird lassen aber das spiel war so geil auf jeden fall zwar der top down perspektive aber war trotzdem mega da kommen wir verbraten erst mal die aktive jetzt hier haben ja achs verbraten dann wieder zurück wo sind der boden noch nicht da ich sehe schon kletterpflanzen glibber ist auch schon fertig da oben ich habe kurz gesagt da ist der boden wo ist er denn da ist er schon schnell hoch so noch mal eine planke rein und das da rein so wir haben genug planken 18 ja das passt das passt definitiv kartoffeln packen wir die wollten erst mal erst mal ist wo ist das kletterpflanzen lieber hier sind es auch schon relativ voll hier geworden die kokos das packen auch erst mal hierhin ein blätter erst mal weg aber wir brauchen erst mal die metall abs erst mal die kartoffeln aufwärts dann können wir gleich die irgendwas hier wegschmeißen und die brauchen wir nicht ist auch schon wieder so weit ok kletterpflanzen lieber geht aber auch relativ schnell aber auch schon ganz viel von in die ich wir brauchen aber unten definitiv größeres lager wenn wir das hier weiter ausbauen ich hoffe die musik ist jetzt nicht allzu laut müsste ich vielleicht ein bisschen leid das stellen einen moment so ich habe jetzt mal leiser gestellt hoffe geht in ordnung ist jetzt vielleicht ein harter cut jetzt was musik angeht aber muss es ein bisschen leiser stellen weil es auch schon bei mir sehr laut ist und ich wollte euch jetzt hier nicht im video anschreien aber ich hoffe das geht so in ordnung so dann hacken wir mal den baum hier auch noch ab wir brauchen planken wir brauchen jede menge von mal schauen was wir hier sonst noch alles finden außer palmblätter so erstmal weg damit die brauchen wir auch nicht aber ich hoffe wenn der vogel gleich uns attackiert dann oder der eber da das wird es nicht noch mal irgendwie alles verlieren wird wir auf tasche haben geil noch mal kokosnüsse nice ich hoffe die musik bricht aber auch jetzt nicht die immersion von dem spiel ist zwar von einem kompletten jahr der kommt jetzt weg von mir will mit dir nichts zu tun haben ja ich tue dir nichts du tust mir nichts kommen machen wir ein deal ich will hier nur die bäume fällen ja wo ist er jetzt ich habe keine ahnung wo der jetzt hin ist der eber ich hoffe der attackiert uns jetzt nicht noch einmal ja aber dafür kommt jetzt der vogel so und ananas ja da kommt er schon da kommt er schon angeschissen dass wir hier jetzt aber auch die ganze zeit nur am rennen sind jetzt hier oben kein einziger baum unglaublich aber dafür ist eine kiste die wir nutzen können ich glaube auf dieser insel gibt sogar drei zwei kisten irgendwo irgendwo versteckt irgendwo versteckt komm hier hoch und hier und hier einmal dieser vogel kommen wir hier hoch ja rote beeren nice hier haben wir schon die nächste irgendwo doch was das ist nice nein sehe ich schon die nächste das weg und das weg wir nehmen die planken mit hier auf so was haben wir jetzt hier was wir nicht haben wollen das hier und das hier an so was haben wir hier mangot sagen wird die wollen wir auch nicht das kann weg Na, den brauchen wir auch nicht. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Na, ich glaube, hier oben haben wir nichts mehr. Gehen wir lieber wieder runter, bevor der Vogel uns hier wieder auseinander nimmt. Da kommt er auch schon. Was haben die Tiere eigentlich hier für Probleme mit mir, wirklich? Ich will doch nur dessen planken. Die Palmenblätter will ich nicht einmal. Hier die Dinger auch nicht. Vielleicht muss ich das hier einmal so machen. Und auch nochmal so. Dann machen die mir kein Problem mit dem Dings hier. Mit dem Planken, also mit den Palmenblättern. So, Palmenblätter genau. Kein Samen, können auch weg. Und was haben wir hier? Ich glaube, ich mache aus denen nochmal so eins. Was haben wir hier? Scharnier nehmen wir mit. Bolzen nehmen wir auf jeden Fall mit. Wieso können wir keinen Bolzen mitnehmen? Ähm, was schmeißen wir für den Bolzen weg? Ich glaube, die hier schmeißen wir dann lieber weg. Nein, ich wollte den Bolzen mitnehmen. Aua. Die wollte ich weg. Dann nehmen wir den Bolzen dafür mit. So. Dann müsste jetzt alles richtig sein, im Inventar, wie wir das haben wollen. Wo ist denn der Vogel? Ja, natürlich, dass der jetzt wieder angeschissen kommt. Hier war doch eine Wassermelone, oder? Hier war die. Das heißt, wir müssen wieder runter. Da unten gibt es auch noch ein paar Bäume. Oui, das war gefährlich. So, ich hoffe, wir überleben das. Wir müssen jetzt erstmal nochmal kurz zurück zum Schiff. Oder sind das Bäume? Richtige zum Fällen? Ja, da ist einer. Den einen können wir auf jeden Fall fällen. Nein. Weg. Was hat der gegen mich? Warum versucht er nicht irgendwie, die, äh, die Eber oder so hier zu fressen? Ich gehe von aus, dass er vor Ort mich zu essen, da ist schon der Eber. Hat mich auch schon im Visier. Vor allem, wir müssen jetzt selber auch nochmal essen. Ähm. Warte mal, vielleicht muss ich... Aua. Wurde es so umtauschen? Aua. Was hat der gegen mich? Ähm. Genau. Wo ist er hin? Da unten. Da ist unser Schiff. Nein. Aua. Autsch. Wat verdasten jetzt? Dann schwimmen wir lieber mal. Wo sind der Boris? Ah, da sind auch noch ein paar Bäume. So, dann würde ich sagen, können wir auch mal gleich ein bisschen in Vorleistung gehen hier, was Bauern angeht, bevor wir weiter den restlichen Holz hier sammeln. So. So. Was wir hier schon mal zumachen. Habla. So. Ähm. Ich glaube, wir werden gleich nochmal eine neue Axt brauchen. So, Axt, Metall-Axt. Genau. Wir werden noch eine brauchen. Dann können wir den auch schon mal wieder hier reinpacken. Den können wir hier reinpacken. Die anderen lassen wir mal hier. Kokosnüsse packen wir erstmal die dahin. Ähm. Jo. Wassermelonen können wir auch jetzt erstmal nicht zwischensammeln, zwischenlagern. Das Seiten, wir bauen uns eine neue Lager-Tour, wofür wir keine Planken mehr haben. Ist auch super. Aber Kletterpflanzen, Glibber, können wir mal hier fertig machen. Dann packen wir das schon mal da rein. Da haben wir das. Ähm. Seile haben wir nur noch 11, okay. Planken fehlen uns jetzt. Egal, dann gehen wir jetzt da rüber. Und wo uns die restlichen Planken. Also die Bäume. Da müssen wir hin. Ist das nicht dieser Fisch, der explodiert? Da nimmt er, genau, der immer hinterher schwimmt und explodiert dann. So ein Kugelfisch. Nein. Das ist doch dieser böse Kugelfisch, ja. So, wer weiß, vielleicht finden wir gleich sogar nochmal den nächsten, äh, die dritte Tour oder so. Ah, jetzt haben wir die Standardmusik jetzt am Laufen im Hintergrund, okay. Das ist dieser Zwei-Stunden-Loop von diesem Song. Ja, Aua, genau. Wo ist denn der Vogel? Da ist er. Wir halten den jetzt erstmal lieber im Auge. Der holt sich jetzt gleich seinen Stein und dann schmeißt er den wieder auf uns. Ja, jetzt holt er seinen Stein. So, ich bin bereit zum Rennen. Und jetzt. So, das war jetzt daneben von ihm. Aber das wollten wir ja auch erreichen. So, da haben wir den nächsten Baum. Den habe ich jetzt nicht geschafft, zu fliehen, auszuweichen. Aber echt, was ist das Problem von diesen Vögeln? Haben die wirklich vor, mich zu essen, oder? Oder sind die einfach nur Menschen gegenüber feindselig? Den können wir ja nicht fällen. Was ich schade finde. Aber wir brauchen... Ah, ne, nicht der Ewa schon wieder. Wir gehen mal hier unten rum. Vielleicht finden wir hier auch noch was. Ah. Warum können wir da hoch? Der müsste jetzt da unten feststecken. Für ein Weilchen. Und nicht da rauskommen. So hoffe ich zumindest. Da haben wir noch ein paar Bäume. Oder einen zumindest. So. Den können wir wegschmeißen. Ah, und hier auch noch mal. Ist das eine Höhle da? Hier ist eine Höhle. Mal gucken, wo die hinführt. Jeder Wetter. Hier ist gleich noch eine Truhe. So. So, da schauen wir mal, was wir wegschmeißen können. Das können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. filmpilz nehmen wir mit und hier haben wir noch eine tonal 2 tun ohne und blanken können wir nicht mehr haben den brauchen wir nicht so blanke 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 die nehmen wir mit wir brauchen planken aber da ist das schwierig hier jetzt nur so viele planken bekommen hier kisten waren hier so auf der insel dann schauen wir was haben wir noch im winter zum wegschmeißen eigentlich im grunde nichts gelbe blume nehmen wir erstmal nicht mit also ich sehe ich jetzt auch nichts mehr was wir abholzen können ja wir gehen hier noch einmal rum noch mal ganz sicher zu gehen vielleicht müsste ich jetzt auch noch mal wieder wird essen an der nacht können wir essen dann haben wir noch mal ein bisschen platz als wir doch noch einen baum oder so finden oder noch eine höhle hat ja auch sein können ich habe hier mal gefühlt hier ist eine höhe ist aber nur der schatten ja genau also ich sehe jetzt erstmal keine bäume aber ich muss ja auch gleichzeitig so rennen damit ich nicht vom vogel erwischt werde weil meine ist die gesundheit wieder voll ich finde schade dass ich die hier nicht fällen kann die größeren und der e-bar herausgefunden aber der hat uns noch nicht gesehen jetzt wir gehen noch mal nach oben um zu schauen dass wir nicht vielleicht doch noch etwas übersehen haben ich finde es auch schade dass man sowas hier nicht abholzen kann für planken immer dieser vogel ich verstehe es einfach nicht warum der so eine ablauf mich hat aber irgendwie muss man ja halt wenn man die aggression raus lassen zumindest die heutige gesellschaft auch so ich gehe mal hier um vielleicht finden wir hier auch noch was hier oben eher nichts mal gucken was wir da finden auch eher wenig ja dann lass mal wieder zurück nach hol deinen stein und schmeißt auf mich ja jetzt ist auf dem weg seiten sie seinen stein zu holen ach so der kleine vogel der kleine von denen vielleicht können wir von oben erkennen ob wir unten irgendwo was übersehen haben ja war klar das ausgerechnet jetzt da ist der eba auf jeden fall ja aber ich erkenne jetzt nichts wegen was übersehen haben so wo haben wir unseren unser schiff hin geparkt das ding wo da sein nein 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 ich dachte schon ist vorbei jetzt bleibt uns aber eh nichts anderes über als über diesen weg runter zu kommen dann müssen wir da lang wahrscheinlich nein nicht drunter fallen okay dann haben wir diese insel fertig hier finden wir nichts mehr da ist schon unsere unser schönes schiff kann man eigentlich darauf der vogel ist jetzt nicht mehr hinter uns her wollen wir mal schauen ob wir da hinkommen da ist wieder der kugelfisch ja kommen wir mal okay von hier eher weniger warum spring doch einfach oder hier vielleicht ja langsam wird's hier kommen wir nicht hoch ich hab's versucht komm die planken nehmen wir auch noch mit bevor der bodys zubeißt jo haben wir geschafft dann würde ich sagen wir bauen uns eine zweite lagerkiste und wo packen wir die mal hin ich würde sagen hier hier direkt daneben erst mal nice hier dann klettern pflanzen glibber würde ich sagen können wir von hier nachher mal alles umräumen dass wir oder kommen wir packen ja ist interessant wir packen alle lebensmittel in die andere kiste hier und hier alle baumaterialien dann sagen wir mal hier eisen oder das können direkt gleich in die schmelze packen so vom flanken braucht er auch dann kommt hier die kokosnüsse die pilze die rote beete die mangos die wassermelonen können wir hier die steaks auch noch mal die himbeeren was können wir noch essen hier kokosnüsse wieder kartoffeln die brauchen wir auch auf jeden fall in der anderen kiste und dass sie können wir hier auch noch das schrott lagern und nägel definitiv haben wir wirklich nur so wenig planken gerade gesammelt gesammelt jetzt in dieser zweiten durchgang so kommt das hier unten hin hier mangos sind wir auch schon bei 17 hier himbeeren und die kartoffeln obwohl wir könnten ein bisschen schon mal was essen oder kommen wir essen die mangos wir haben davon sehr viel hier sind auch schon mal zwei kartoffeln fertig nehmen wir auch schon mal mit dann packen wir die mangos hier wieder rein und dafür essen wir dann die zwei kartoffeln oder komm wir machen daraus sechs ja okay drei hatten wir gegessen das wird wohl für das erste reichen und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max deus und ciao gut dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020